willkommen zu let's play kingdom come beim net letzten mal war es voller lags und um das so und um das zu und um das vorzubeugen tue ich jetzt die einstellung darunter ich habe nicht getestet ich habe keine zeit muss ich ehrlich sagen so was ich jetzt mache ist ganz einfach wir wollen nach ledetschko ledetschko wir gehen ohne die fackel durch ratei ist auch sehr ja so so hallo naja mit so einer laune glaube ich hätte dich umbringen sollen hier drin ist der boi hä du chillst wirklich in dem haus tatsache guten morgen ich stelle mich jetzt vor ihnen und warte bis um 12 ich sage es hier noch mal ich werde das auch in einem video sagen also in der letzten folge habe es angesprochen das video wo ich dann die kingdom come zuschauer etwas auffordere werde ich auch sagen dass ich sowas wie geld farm oder halt rumgehe und plünderer töte dass ich das dass ich das offline mache ich habe die räuchermischung lass uns zum kreuz also worauf wartest du ich bin etwas überfordert das ist mein erstes mal das sagst du mir jetzt was soll's fang schon an du ähm vater noch bist du scht innumina ave maria ehre sei dem vater und dem sohne und dem heiligen geiste wie es war am anfang so auch jetzt und allzeit und in ewigkeit o herr möge er ewige ruhe finden und möge ewiges licht seinen weg erleuchten amen ich hoffe ich kann endlich in frieden schlafen komm morgen wieder dann wissen wir ob es gewirkt wird mehr mit in 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 Warte mal, heißt die Domina? Drahomira. In ihrer Hütte darf ich so einfach gehen. Gut zu wissen. Also, wo ist der Nächste? Ich habe mir immer noch nicht angeschaut, wie man ein Schild benutzt. Ich bin ziemlich geil. Ich bin hier so auf dem Weg und weiß nicht, wie man ein Schild benutzt. Ich kriege nur Erwähnungen auf Discord. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo, Schmied. Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Du hattest recht, was den Schwarzen Peter betrifft. Ein zäher Bursche. Ich habe am Turnier teilgenommen, aber vergebens. Der Schwarze Peter hat wieder gewonnen. Ein Teufelskerl. Und? Hast du herausgefunden, wie mein Sohn gestorben ist? Nein. Tut mir leid. Sei's drum. Ich habe eh nicht damit gerechnet, dass man jetzt noch irgendwas herausfinden kann. Danke, dass du es versucht hast. Cool, ich habe Groschen bekommen. Schleifstein, Schleifstein. Alles muss geschleift sein. Schleifstein, Schleifstein, Schleifstein. So. Erstmal das Schwert geplättet. So, Quetztskarte. So, wo gibt's noch was? Da unten ist das Grüne, dort ist das Questlog. Bitte, ja, ja, hau, Questvergeltung. Vergeltung. Mhm. Finde die Nachtdikein. Finde den Schatz unter den Tanchen. Festmahl für Bettler. Ja, das ist jetzt mal. ist noch eine Sache. Ich reite da mal persönlich hin. Ah, es kann sein, dass wieder alles hängt. Das ist doof. Hm. Du bist ein Wanderer. Hm. Hab tatsächlich eine Idee. Die haben gerade das Glück, dass da oben eine Garnison rumsteht und sie beschützt, mehr oder weniger. Ja. Das klappt nicht. Ja. Ja. Guten Tag. Möchte sich jemand mit mir... Klar, hier sind Ip. Zuerst... Du schießt sieben, dreizehn oder einundzwanzig. Das Stroh bringt einen Punkt. Der weiße Ring zwei. Und der Kreis in der Mitte drei. Die Runde endet, wenn alle Pfeile verbraucht sind. Es ist üblich, Wetten abzuschließen. Gut, ich hab... Eine Sache noch. Hau ja nicht ab, solange der Wettbewerb im Gange ist. Und ziele oder schieß immer nur auf die Strohbeine. Sonst bist du raus. Klar? Jawohl. Sag mir erst, wie gut du bist. Ich bin Anfänger. Macht nichts. So bekommst du etwas Übungen. Los geht's. Ich trommle dann mal alle zusammen. Schüttel, macht euch bereit. Er immer noch rüber. Ja gut, gewinnen werde ich jetzt nicht. Der Wettbewerb ist zu Ende. Es sitzt hier halt niemand. Ah, das Problem ist, ich brauche immer Silber dafür. Hätten wir das auch geklärt. Ich suche mal die Gegend von U-Schätze ab. Ich sitze nicht auf meinem Pferd, ne? Ich bin superintelligent. Na egal. Buah, das war es. Zeig, woraus du gemacht bist. Oh. Merke, bewaffnete Bauern sind doof. Haha. Ja. Ich will nach U-Schütze. Das könnte... Nö. Das akzeptiere ich nicht. Aus folgendem Grund mache ich jetzt den Command weg. Okay, es sind mehr als ein Command. Es sind drei. Da kann ich... Hundeflüstere. Hey, Bruder. Du läufst ins Verderben. Aber hey, das muss ich dir nicht sagen. U-Schütze. Immer noch. Wäre es nur ein Command, hätte ich den weggemacht. Und vor allem stelle ich mir die Frage, wie ich 50-prozentige Chance habe, das auszuweichen, wenn die mitten auf dem Weg rumstehen. Ja. 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 Da will ich hin. Du hast entdeckt Windmühle. Okay. Ja. 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 Eine. Ja. 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 Meint ja auch, wer zu wohnen, also. Teufelsfurche. Teufelsfurche. Okay. 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 Du bist ein Wanderer. Ja. Okay, hier oben gibt es nichts mehr, das heißt, es geht weiter da entlang. Ja. Mhm. Mhm. Hm-hm. Ja, hier nichts, da glaube ich wohl eher weniger. Der Scarletzer Wappenrock ist gut. Die Scarletzer Wappenrock ist gut. Hier gibt es auch noch einen Weg. Die Scarletzer Wappenrock ist gut. Die Scarletzer Wappenrock ist gut. Die Scarletzer Wappenrock ist gut. Guck. Guck. Die Scarletzer Wappenrock ist gut. Guck. 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 wald na gut dann ab nach thallenberg ist dunkel ich habe dinge auf meiner brust kleben ja keine sorge hund du musst nicht mehr jagen das ist wieder um schütze ja da bekomme ich an sich nichts ich habe erst letztes der folge sehen wo ich jedes mal wenn ich mit einem pferd unterwegs bin dann so einmal bin ich sogar deswegen gestorben jetzt wird es dunkel und langsam unangenehm naja das schlimmste was uns nachts passieren kann sind ja gut und ein wald ja gut aber wenn wir durch diesen berg durch sind sind wir in thallenberg ja 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 du hast du jemanden Ja, dein Problem. Hm. Ist wieder so langsam Zeit, ne? Nein, mein Pferd, das ist kein Bergstreber. Jetzt hab ich... Aha. Dieses Monument hat mich alt aussehen lassen. Gut. Dann... ...schlaf ich mit einer Fackel in der Hand. Und ich wurde schon wieder erwähnt. Willst du mich verarschen? Äh. 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 Woah. Ich will die... Na gut. Ich würd sagen... und das war es mit dem video schenke zuweilen neuhof hier und muss ich hin das war es mit diesem video wir sehen uns beim nächsten mal und tschau